Ist das Schlimmste in Griechenland tatsächlich vorbei? Wir fragen nach bei Ansgar Belke. Er ist Finanzmarktexperte an der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen bei uns. Wie sehen Sie das denn? Ist denn Griechenland tatsächlich auf dem richtigen Weg? Griechenland ist deutlich auf dem richtigen Weg. Die Staatsdefizite sind erheblich zurückgegangen. 6 Prozent seit 2010. Griechenland wird wettbewerbsfähiger. Die Lohnstückkosten sind massiv gesunken. Das Defizit im Außenhandel sinkt und auch die Ausgaben im Gesundheitssektor nehmen massiv ab und scheinen gezielter ausgegeben zu werden. Was ist denn da passiert, Herr Belke? Noch vor einem Jahr hieß es, es sieht alles ganz düster aus. Die Schwarzmaler waren unterwegs. Wie konnte denn jetzt so schnell alles so viel besser werden? Nun, die Zinsen auf Staatsanleihen sind runtergegangen, weil die EZB massiv in den Markt interveniert hat und auch Anleihekäufe angekündigt hat. Und das ist natürlich erstmal ein Mittel auf Zeit. Wir werden sehen, was das in Zukunft kostet. Die Notenbank ist ein starker Garantiegeber, weil sie selber daran interessiert ist, dass die Staatsanleihen, die sie aufgekauft hat bisher, wirklich nicht an Wert verlieren. Sodass alle wissen, dass sie wieder auf den Markt geht, wenn es notwendig werden sollte. Aber man hat schon den Eindruck, dass Psychologie auch eine große Rolle spielt in der Bewertung. Oder ist es anders? Richtig, das ist gerade bei Preisen für Aktien und so weiter sehr, sehr wichtig. Wir sehen, dass die Aktienkurse massiv nach oben gegangen sind, auch im letzten Jahr. Und das kann auch eine Zeit lang so weitergehen. Psychologie ist sehr wichtig und auch das potenzielle Eingreifen der Währungshüter. Allerdings auch manchmal sehr gefährlich. Gehen wir mal durch die Länder, zum Beispiel Portugal. Ein Land, das sie erst kürzlich besucht haben. Wie sieht es denn dort aus? Ja, Portugal zeichnet sich dadurch aus, dass die Bevölkerung sehr europaorientiert ist. Sie haben die Osteuropäer in die EU gelassen, obwohl sie wussten, dass es Hauptkonkurrenten sind. Sie führen die Reformen sorgsam durch, die von ihnen abverlangt werden und sie exportieren auch wieder mehr. Insofern ist auch dort der Ausblick durchaus positiv. Sie sind an den Kapitalmarkt zurückgekehrt, haben eigene Anleihen aufgeben können und hoffen, bald aus dem Programm herauszukommen. Jetzt kommen wir mal zu den schwierigen Seiten. Wo sehen Sie denn im Moment die größten Probleme in welchem Land? Sehr problematisch neben Griechenland als Sonderfall ist natürlich Spanien mit einer exorbitant hohen Arbeitslosigkeit, hohen Jugendarbeitslosigkeit und noch sehr viel Abschreibungsbedarf im Immobiliensektor. Sie haben die Immobilienpreisblase noch lange nicht überwunden. Allerdings rechne ich nicht damit, dass Spanien bald unter den Schirm geht, weil die Notenbank die Zinsen gesenkt hat, die Refinanzierungskosten für spanische Unternehmen, Banken, sodass sie selber Bedingungen stellen können, unter denen sie versorgt werden. Sie sprachen die extrem hohe Arbeitslosigkeit an. Alle 20 Sekunden wird angeblich einer mehr arbeitslos in Spanien. Wie will man das denn in den Griff bekommen? Es ist ja schön und gut, das Staatsdefizit in den Griff zu bekommen, aber mehr Jobs gibt es dadurch noch lange nicht. Nein, es ist sehr wichtig, dass jetzt dadurch, dass die Blase abgebaut wird im Immobiliensektor in Spanien, das Ganze eben nur kurzfristig auftritt. Wir kennen das von Spanien aber, dass die strukturelle Arbeitslosigkeit schon Ende der 80er Jahre sehr hoch war. Das liegt daran, dass der Arbeitsmarkt immer noch mangelhaft flexibilisiert ist, dass auch Outsider Arbeitslose wieder eine Chance haben, vielleicht auch zu niedrigen Löhnen einzusteigen, dass die Allgemeinverbindlichkeit der Löhne nicht zu schnell auf andere Branchen übertragen wird und die Anpassung erleichtert wird. Ich sehe schon, Herr Belke, das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Danke auch. Vielen Dank.